So, heute ist Hexensabbat, großer Verfall an den Terminbörsen und die letzte Folge Bon Weekend im Jahr 2019 präsentiert von der Societe General. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Sebastian Hoffmann von Primequans und hier kommen gleich die Rechtshinweise, denn dieses Video stellt keine Anlageberatung dar, dient also zur Information und spiegelt lediglich die Meinung von Primequans wieder. Ja, das Börsenjahr 2019, das kann sich durchaus sehen lassen. Das Jahrestief im DAX wurde direkt am ersten Handelstag markiert, das Jahreshoch erst am Montag. Stand jetzt ergibt sich für den Deutschen Leitindex ein Plus von rund 26 Prozent und das ist immerhin, da muss ich hier kurz etwas Platz schaffen, das beste Ergebnis seit 2013 beziehungsweise 2012. Da müssen wir mal schauen, wo wir schlussendlich am 30. Dezember aus dem Handel gehen. Nichtsdestotrotz, das schwache Jahr 2018 wurde direkt gekontert und dieser Konter, den sieht man auch recht schön im Dow Jones. Und zwar in Form eines V-Musters. Das wurde auch schon vollendet und könnte rein rechnerisch sogar Kurse oberhalb von 30.000 Punkten möglich machen. Ganz soweit ist der Markt allerdings noch nicht. 22 Prozent ging es im Jahr 2019 bislang nach oben, wobei erst gestern mit 28.381 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht wurde. Nummero 19 im noch laufenden Jahr. Damit kann der Rücksetzer vom Monatsanfang als klassisches Pullback eingestuft werden. Im Auge behalten sollte man das Juli hoch, aber trotzdem, denn darunter könnte dann die untere Trendkanalbegrenzung auf den Prüfstand gestellt werden, die momentan zusammen mit der 200-Tage-Linie ein durchaus wichtiges Chartlevel bildet. Grob reden wir da über den Korridor zwischen 26.000 und 26.500 Punkten, der nach Möglichkeit auch im kommenden Jahr nicht unterboten werden sollte. Auf der Oberseite rückt derweil die obere Kanalbegrenzung langsam in den Fokus. Die könnte so bei 28.700 Zählern bremsend wirken. Ganz stark präsentierte sich auch der MDAX. Das Jahrestief wurde ebenfalls am ersten Handelstag markiert, das Hoch, aber erst heute. Damit wurde die 28.000er Marke mittlerweile klar übersprungen und dafür wechseln wir schnell auf den Wochenchart ein neues Allzeithoch erreicht. Schauen wir mal, wie das im kommenden Jahr weitergeht. Der erste Halt ist jedenfalls im Bereich von 27.500 Punkten zu finden. Kommen wir aber noch mal kurz zurück zum DAX. Der befindet sich noch Standfreitagnachmittag. Wir sind heute etwas früher dran. Noch in der gut bekannten Seitwärtsrange, die mittlerweile grob 400 Punkte umfasst. Interessant dabei, es könnte nun ein Trichtermuster herausgebildet werden. Das ist dann so ein erstes Indiz für einen vielleicht etwas volatileren Verlauf im kommenden Jahr. Beispielsweise ist ja durchaus damit zu rechnen, dass der Wahlkampf in den USA im kommenden Jahr etwas rubbiger werden dürfte. Für die Oberseite heißt das, dass wir nach dem Sprung auf ein neues Jahreshoch, dafür wären jetzt Kurse oberhalb von 13.426 Punkten nötig, auf dem Niveau des Allzeithochs, dann einen Doppelwiderstand vorliegen hätten. Interessant sind aber auch mögliche Szenarien auf der Unterseite, denn dort könnte der Trichter in den kommenden Wochen-Monaten unterhalb von 13.000 Zählern einen Test des Julihochs bei 12.656 Punkten möglich machen. Wobei dann ein schneller Dip auf das Ausbruchsniveau bei 12.500 Punkten nicht auszuschließen wäre. Und das würde, dafür holen wir uns mal schnell das Volumenhistogramm für das Jahr 2019 auf den Bildschirm, ja das würde dann so eine Art Ping-Pong-Bewegung zwischen den beiden Volumenspitzen bedeuten. Pflicht ist das nicht, aber es kann ja nicht schaden, sich ein paar mögliche Varianten für das kommende Jahr zurechtzulegen. Wir werden das jedenfalls weiter verfolgen. Und wer gerne im DAX aktiv werden möchte, der kann das auf der Long-Seite beispielsweise mit einem Mini-Future Long mit der WKN SR43BN tun. Die Scheine verfügen momentan über eine Hebelwirkung von 8,98 und laufen endlos. Auf der Short-Seite, da kann man wiederum beispielsweise mit einem Mini-Future Short mit der WKN SC6XNV aktiv werden. Die Scheine verfügen momentan über eine Hebelwirkung von 8,59 und laufen ebenfalls endlos. Und dann noch ein ganz schneller Blick auf eine Aktie, die von mir in diesem Jahr den Titel Turnaround 2019 bekommt und das ist Tesla. Mit dem Jahrestief bei 177 Dollar lag die Aktie noch rund 47 Prozent hinten. Dann ging es stramm nach oben, genau genommen über die Runde 400er Marke hinweg bis auf 406,85 Dollar. Das macht ein Plus von 130 Prozent in knapp sieben Monaten und natürlich ein neues Allzeithoch. Damit ist schon mal Spannung für das kommende Jahr garantiert, denn jetzt geht es natürlich um die Frage, ob der Ausbruch auch nachhaltig ist bzw. Bestand hat. Dann abschließend, nein, kein Blick auf die Termine, sondern vielmehr der Hinweis, dass die Börsen hierzulande an Heiligabend geschlossen bleiben. In den USA wird hingegen noch gehandelt. Am ersten Weihnachtsfeiertag haben dann alle frei, bevor es am zweiten Weihnachtsfeiertag an der Wall Street auch schon wieder weitergeht. Ja, und damit sind wir dann auch schon wieder durch. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest sowie einen guten Rutsch ins Jahr 2020. Vielen Dank, machen Sie es gut!